warum kann man hier alles klauen das ist ja man kann nicht alles kann diesen sachen die nicht erreichbar sind warum läuft warum läuft barcourt hier rum ich sag jetzt bei unserem lager sie nicht war groß was mag ich noch mal was machst du hier was hast du gefunden ja klar mache ich das logisch in that case you'll be very pleased to learn what i have in store for you a new type of smoke powder all the bang and boom of the original but with an extra surprise i call it the brilliant retort you'll need it if you're going to survive this cursed place you'll need it if you're going to get into moonrise towers and help the deep gnomes taken prisoner there you'll need it if you're going to save wolbrin ich bin mir nicht ganz sicher brauchen wir das wirklich eigentlich dass die tiefen genommen in den türmen eingesperrt wurden they didn't get trapped they were kidnapped taken against their will by those cultists if i ever get my hands on one of them well with you on the job perhaps i won't have to find out i'll do my part according to my talents and you i hope will do yours the brilliant retort will aid you thus i will make it wenn er das sagt und das ist ein sprengpulver dann nehmen wir es auf jeden fall mit dann brauchen wir das selber gefällt mir was tut sie let's not ruin the surprise you do whatever it is you do some of us are counting on you gut gut dass wir mit ihm gesprochen haben ja ja oh was denn rafael rafael ist hier rafael sitzt hier mit moll am tisch und spiel schacht der ist ein gebiet du bist hexemeister hey buddy your move maul you trapped me i didn't even want to take this one kalimshan rules dear the first piece touched is the first piece moved that's garbage no matter where the night goes i'm gonna lose it then make the sacrifice useful guard your mistress or come for my syrik look who made it for once i say your butt out there didn't i we're square now chief do you play lance ball by any chance it's my first time playing ein profi da drin ein profi da drin das ist rettungswurmotiv erkennen das ist anderes ihr solltet nicht mit dem spiele center zufällig in mold richtung schubsen ich finde das ist ganz lustig ein bisschen schummel total plus eins das alles was ich ja bisschen schummeln kann ich schaden das ist ein teufel im hintergrund wird getrellert das habe das habe ja Oh Gott. Das ist ein Kind. Kannst du nicht so von einem Kind reden? Ich finde das Letzte nicht so schlecht eigentlich. Und die andere Hälfte? Das ist meine Lieblings-Ambition. Aber keine Angst, Maul. Es geht ohnehin zu sagen. Sie hat immer das Unbeziehungsvolle Freiheit zu wählen die einzige Option, die sie verlassen hat. Außerdem, ich freue mich wieder in diesem Geburt. Sie hat eine sehr starke Geschichte von trageidem. Und trageidem, mein Freund. Und, ha, ha, well, da ist mein Brot-and-Bloody-Botter. Gut. Ich könnte auf jeden Fall mit Wohl sprechen, was das für ein Deal ist. Ja. Was ist die Geschichte von Tragödien in diesen Gegenden? Warum spoilern es? Es ist alles da draußen, erwartet, um herauszufinden. Du wirst nie wissen, was du finden kannst, wenn du nur ein bisschen deeper schickst. Es ist gut, dass wir Astario nicht dabei haben, der wollte doch ganz dringend mit ihm was besprechen. Oh, stimmt. Der wollte ja unbedingt, ähm... Ja. Oh, ja. Haltet euch von Mohl fern. Sie hat gewonnen. Sie hat einen Garten für ihn jetzt. Verdammt! Sie wird derjenige, der mir kommt. Aber genug über meine Lesser-Persuche. Warum verbleibst du mit den Tragödien, wenn ich in der Lange bin? Die lustige Präsenz meiner sehr favoriten Klienten. Sag mir, oh Apple of my eye, woher du bist. Du hast noch keine Gills, die noch grün herum bekommen, aber du schaust ein bisschen schlimmer für dich in diesem Licht. Es ging mir nie besser. Wenn ihr noch Lösungen anzubieten habt, bin ich ganz ohr. Ich würde sie gerne hören. Ich kann immer noch Nein sagen. Wir hätten dich nicht mit ihm reden lassen. Das war deine Idee. All thumbs rather, the way you've been stumbling about the place. But at least I can't say I'm not entertained. In fact, I'm quite confident you still have a few good days in you yet. Precious time to practice begging for my help with your bare knees in the dirt. I really am at my magnanimous best, when people make an effort. See you soon. Das ist ja ein tolles Angebot. Guck mal, Hilfe für die Schwachen. Bitteschön. Bitteschön. Ei, ei, ei. Oh, und ich bin auch inspiriert, warum das ist. Interessante Skansche-Taktiker. Was auch immer das bedeutet. Oh, der bleiche Elf. Oh, das fand er bestimmt nicht ganz so knorkelt, dass wir jetzt nicht... ... ihn dazu geholt haben. Moll helfen, das Landsbrett-Spiel zu gewinnen. Das ist das. Premium Trinkets und Dudas. Wo ist sie denn? Wer möchte mit Moll reden? Wer ist unser... Äh, wenn wir sie finden. Obwohl, auf mich ist sie vielleicht nicht so gut zu sprechen, weil ich das andere Kind bedroht habe, ne? Ne, das ist Mattes. Ach so, ja. Die wird irgendwo rumlaufen. Oh, da hinten ist Kinderarbeiter. Soll ich mit ihr reden, oder? Ja, mach mal. Gute Idee, immer. Er ist ein Teufel. Ja. Schon, ne? Also, was hat er denn angeboten? Was hat er dir wirklich angeboten? Oh Gott. Oh Gott, ein Zwanziger-Wurf. Alter Schwede. Das ist halt weg für Dings. Oh, ja. Brauche ich gar nicht. Perfekt. Die Inspiration mit plus acht. Ja. Du hast gesagt, dass er mich und meine Gang sicherlich zu Balders Gate geteilt wird. Und auch, wenn wir da kommen, wäre ich der Herr des Teufels. Gehört. Mhm. Ha! Ehrgeiz gefällt mir. Was passiert mit dem aktuellen... Das ist... Ist das... Ich... Was? Oh. Ja. 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 Vielleicht werde ich ein Problem machen, vielleicht werde ich nicht. Aber es wird meine Wahl. Nicht die Devils. Und nicht die deiner. Oh, du bist alles gut. Danke, Gott. Ich war überrascht, dass sie dich auch bekommen haben. Gut, dass ihr es geschafft habt. Was für ein Fluch? Ich weiß nichts von einem Fluch. Sie nahmen seine Augen zuerst. Dann seine Sprache. Es ist einfach nie zuhörig. Roland von allen Menschen hat uns zu retten. Er hat gesagt, er war in der Gräufe wegen dir. Ich bin sehr glücklich darüber. Oh. 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 Well, niemand von uns wäre hier. Als seine Bruder und Schwester rutschten die Kultisten. Kal und Lea wurden weggezogen. Along mit den anderen. Roland hat es nicht so gut genommen. Keiner von uns sind, ehrlich gesagt. Wie machst du das? Wie stehst du weiter? Wie stehst du weiter? Ja, guck mal, der Badenspruch passt sehr schön. Ja, wenn die Nacht am tiefsten ist, ist der Tag am nächsten. Haltet durch. Das wird schon werden. Hart's Requiem, richtig? Der Hero überlebt eine Krieg und sie ihr Leben wieder stärker als immer. Eine Geschichte wertvoll zu erinnern. Besonders jetzt. Du hast schon so viel für uns getan. Aber ich muss mich fragen. Die anderen könnten immer noch draußen sein. Wenn sie nicht tot sind, sind sie in der Mondwärmung. Und Gott, aufhier auf jemanden in diesem Hellspit. Rettungs-Truppe, aufhier! Danke. Wenn jemand das kann, kann man das. Du kannst. Just be careful da oben. Ich werde nicht angeben. Ich werde nicht angeben, aber wir haben so ein Ding in der Schmiede erlegt. Ich glaube, ein paar Kultisten sind für uns kein Problem. Ich bin schon wieder inspiriert. Ja, wir müssen Inspiration verbrauchen. Ja. Entschuldigung. Du bist willkommen. Ah, guck mal, da ist er. Habe einen Drink. Oh. Mein. Gott. Für deine sehr gute Gesundheit. Ja. Ja. Ich meine... Es ist eine Ehre. M'lady. Ich tue hier nur einen Gefallen. Ich werde auch für deine Gesundheit verbringen. Garlack. Das ist schon ein bisschen fresh, zwei. Mach! Mach! Ja, guck, eine 6 an! Keine Inspiration von mir. Warum ist das Licht ausgegangen? Das ist eine gute Frage. Im Wahrheitstrank! Äh, klaut krass. Sollte ich dankbar sein, dass ihr nicht weint, wie ihr jetzt Atem verwendet habt. Ein Paralyzing-Agent? Oh. Ich denke nicht, wir sind noch so weit weg. Noch nicht. Wir haben nichts zu verbergen, oder? Ich glaube nicht, nein. Fanny, wenn sie den vielleicht auch trinkt. Ja, aber würde nicht damit versetzt sein. Wahrscheinlich nicht. Sie ist aber... Sie ist aber... Sie ist aber... Die ist aber... Ich spreche von Erfahrung. Als ein Ehre über dich. Als ein Ehre über dich. Was... Alien. Antwort mir, wahr und nicht lieb. Der Parasite verändert dich. Ist das nicht? Eins. No shit, Sherlock. Äh, die Strömung mag sich ändern oder Fluss bleibt Fluss. Ich bin immer noch ich. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Was? Was? Die Balbrut lebt wieder? General Kedrick Thorn. Ach so, ich dachte schon. Ah. The Absolutists. He was a Shaaran once. Took to building an army of Dark Justiciers beneath this very village. Alongside the local Druids, we made it our business to see him deposed, dead and buried. But he's returned. Not only does General Kedrick Thorn live again, it seems he is no longer mortal. He has become, in fact, invincible. We met him on the road here. Commanding an army of the Absolute, intent on destroying Baldur's Gate. I put an arrow through his eye myself. Only to watch him pluck it out like a splinter. He healed, right in front of me, and chased us into the shadows. Things looked hopeless. But experience has taught me that no matter how bleak things look, there's always hope. You are that hope. You think he will kill him? Not immediately. Protected by your artifact. You can infiltrate his forces at Moonrise Towers, posing as a true sword. Find out what it is that makes him invincible. So we can strip him off his advantage. Together it is without his shield, the sword. Together we assault his power and make a final end to this point. And again the druids and army together against Kestrick. We will free the country from him. I appreciate your enthusiasm. Just be sure it doesn't make you leap before you look. Infiltrate the towers. And Kaderick's downfall begins. What's more? You'll find the cure for that thing in your head. Any cure starts with understanding the disease. Whatever magic Kaderick's using to control these tadpoles, it must be at Moonrise. Until then, we keep drinking wine when we meet. You're not our only secret weapon. Isabel. A faithful cleric of Seluna. And a light in the darkness. She's a Lügnerin. She cast the moon shield around the inn. It's the only reason we're still alive. She's upstairs in her chambers. Tell her I send you. And she'll see you through the shadows safely. Okay. Inspiration. Meine Güte. Und ich auch. Läuft bei uns. Ja. Aber wenn sie uns hier durchgleitet, dann ist doch das Schild aus. Oder nicht? Möglich. Ei, 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 ei. Hier ist eine Menge los. Oh ja. Schade. Kann Zevlo nirgends entdecken. Wird er auch vermisst? Aye. And more than half the others with him. We were ambushed. Out in the cursed lands. Cultists of this absolute. Zevlor froze. Begged us to surrender. But... They were toying with us. Making examples. And we'd had enough of taking it. Those of us who cut free just kept running till we found this place. The others... Maybe the cult got them. Maybe the curse. Alles gute Antworten. Vor allem zwei. Ja. Nur Mut, ihr habt überlebt. Die anderen gewiss auch. Zevlor had hope. It didn't save him. A little sense will serve us better, I think. But... Thanks. It was sweet of you to try. All I can do. Entschuldigung. Wieso versteckst du dich? Ich war von versehen. Mhm. Mhm. A lot of us were in Avernus. We saw you fighting. You were so good. Well... Äh... Was haben wir denn hier noch? Über den... Was haben wir denn hier noch? Über den... Ach so. Oder bin ich angezeigt. Mhm. Aber wenn du nicht... Aber wenn du nicht... Es hilft, dass du einen guten richtigen Huck zu haben. Das war ich. Jetzt war ich. Ach so. We were all like... WOW! How'd you learn to fight like that? Hm. Had to. Life didn't pull any punches. It was up to me to learn to take a hit and deal one back. I've been tossed around a lot too. I want to learn how to fight back too. From the look of things you've got your wits about you. A clever mind and a bit of style take you a long way. Fight with those. And you may find you never need to use your fists at all. In that case... Want to buy a lucky ringer hand? Yeah. Nice try shorty. Keep it up though. And you'll be scamming with the greats in no time. Nass. Der Kleine bewundert euch das so schön zu sehen. It is, isn't it? Hope you make it out of this mess with his wits in one piece. I'd like to see him set up in a proper home in the city. Every kid deserves that. Bei mir ist ein Wahrnehmungswurf, falls ihr Langeweile habt. Ich weiß nicht wo du bist. In einem Zimmer. Der hat direkt den nächsten Säger doch gestartet. Ja. Oh. Check it out! We've gone legit and Mole put me in charge. Ah, dein ist das erste vorgesicht des langen Säger. I'm alive, ain't I? What's not to like? Was hast du denn für besondere Kunden wie mich? Hm. I'm not supposed to mention it to anyone. But I do have something pretty special in stock. A key. What does it look like? What does it open? What treasures are waiting behind its lock? That's for one lucky buyer to find out. Paul gave it to me. And said I shouldn't let it go to just any old Jackaday. Kauf ihn. Ich will ihn abkaufen. This is a valuable piece. So it's gonna cost a lot. And that is non-neg... 1.000 Der Preis ist nicht geändert Wie Mol sagen würde Seid dich selbst Aber du kannst nicht mehr, aber... Ich könnte wahrscheinlich noch Wo bist du denn mit denen? Äh, ich seh dich nicht Oh, ich kann ja bezeugen oder täuschen Aber du hast mir charismatisch Bist du schon wieder im... Er zeigt mir deine... Er startet deine Gespräche nicht mehr Wo bist du denn? Ich seh dich nicht Ach, da ist das Kind Guck, mein Licht macht dir ein bisschen Die Fläschung kaputt Meins vielleicht auch Ja, was hast du denn für so unsere Kunden Ja, was hast du denn für so unsere Kunden? Du hast doch so viele tolle Sachen in diesem Gasthaus gefunden Was ist so wichtig an einem alten, staubigen Schlüssel? Gib ihm doch einfach die 1.000 Geld Hehehe Wenn er 100 gehabt haben wollte Dann ja... Mhm Ich glaube es ist ein bisschen alt Du hast bestimmt ein richtiger Schlüssel Ein Skelettschlüssel oder so Zutaten von Feather Was hast du da jetzt... Turm-förmiger Schlüssel Okay Wo hast du den? Wo ist der? In meiner Schlüsseltasche Ist ein Schlüssel mit... Der am Ende aussieht wie ein Turm von einem Schafspiel Mhm Hä? Ach, ich bin beim Falschen Nee, Chris Ding Ja, gut So, und bei dir ist ein... Bei mir ist eine Wahrnehmung, weil du... Irgendwo reingelaufen bist Ich bin in deinem Schlafzimmer Warum? Warum nicht? Wahrnehmung fehlgeschlagen Wollte du noch einen Schritt näher kommst Ich wollte eigentlich... Solltest du dir erstmal Inspiration geben vielleicht Gedanke, ich meine Verantwortung Weil du hast noch nicht gefehlt Wow Da unten, bloße Planke Schneesturmring Wow Oh, das ist für dein Eismesser richtig geil Ja Wer nutzt Eismesser? Ja Die Schrift im Tagebuch ist alt, aber die Seiten sehen noch frisch aus Wie lange muss ich hier noch ausharren? Ich wollte schon vor einem Zehntag in Baldur's Tor sein Aber dieser verfluchte Zöllner weigert sich standhaft meine Papiere anzunehmen Mein Vater, dass er fährt, wird er außer sich sein Dieses Dorf ist irgendwie seltsam Die Leute hier machen den Eindruck, als hätten sie etwas zu verbergen Die Schreine der Mondmeid scheinen ungepflegt und verwahr... Verwahr verloren Das Wort kenne ich nicht Kenne ich auch nicht Ich hatte gehofft mehr über Kestrick Thor, um den Vorsteher des Dorf zu erfahren Aber sein Name scheint die Leute hier aufzuregen Ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch länger als eine Stunde an diesem abscheulichen Ort aushalte Interessant Ach stimmt, du hast ja diese Eismesser und diese Eiszone, die du machen kannst Ja, aber der macht keinen Schaden, der Schneesturmzauber Ja, aber unterkühlt doch... Der macht doch schwere Sicht, oder? Aber der macht keinen Schaden, also mit dem Ring hat er keine Interaktion, meine ich Ja, aber du hast doch diesen Eismesser und sowas, oder? Ja, Eismesser habe ich Genau, und dann sind die doch... Jaja Ich habe nur noch einen Zauber, der heißt Schneesturm Der macht aber nur einen Sturm und macht eine Eisfläche Ich habe übrigens eine verschlossene Truhe, falls jemand mit Schlösserknackenfähigkeiten sich, äh, da beschäftigen möchte Und dann gleich mal vorbei Ja Ich schreibe erst mal einen Polo an Ich schreibe erst mal einen Polo an Hier ist eine andere Bottle Arabellan Drey, da hinten Lass uns auf die Bar, dann pisse auf und lass mich alleine Jahira hat gesagt, dass wir trinken sollten, aber dass wir nicht trinken sollten Jahira hat nicht deinen ruckigen kleinen Zeichen von den Kultisten Ich habe das Wollte über eure Sorge reden, statt sie jetzt zu erseufen Okay Wenn du hier bist, um den Tag wieder zu retten zu retten, dann bist du ein bisschen leid diese Zeit Hm Lass hier sagt, er hätte das alles für die Kinder... für sie und die Kinder riskiert Ich versuchte Vielleicht wird sie eine Ballade über mich Ah, dann ist... dann ist es meine Verantwortung, sie zurückzuholen Sie sind meine Verantwortung Du gehst und retten die Welt Oder deinen eigenen Ars Oder was auch was du machst Ich werde das fixieren Okay Indem er das sagt Seuft wie ein Loch Ach, tisch das Er wird schon wissen, was er tut Dann kann ich saufen, wenn ich den ganzen Alkohol mitgehen lasse Hahaha Hahaha Ruhe sagst du? Ja, ist Ruhe sag ich Wird ja keiner was dagegen haben, ne? Nö, das ist alles kein Diebstahl hier Sehr schön, und was ist da drin? Ein Rubinring, 23 Gold und das Tagebuch des Wirts Möge die Mondmeid uns schützen Ich hab mein Treffen mit Morfret vor mir hergeschoben Nur um zu erfahren, dass die ganze Steinmetz-Gilde angegriffen Und alle Bewohner zum Verhör mitgenommen wurden Bezweifle, dass ich meinen Bruder jemals wiedersehen werde Wenn sie ihn erwischen, werde ich als nächstes dran sein Ein Blick auf meinen Schreien wird mich verraten Aber ich kann und will unserer silbernen Dame nicht entsagen Nicht einmal unter den Schmerzen, die Kestrick allen versprochen hat Die sich weigern, zu ihm überzutreten Ja, scheint ein netter Zeitgenuss zu sein Ja, ja, ja doch Es ist eindeutig Gehört er zu den Guten, der kehrt weg Ja Soll ich nochmal mein Glück mit Roland versuchen? Der singt hier jemand Was macht's noch? Ja, soll ich nochmal mit Roland sprechen, ob er mir mehr sagt, oder? Kannst du versuchen Ja, wenn das nicht funktionieren kann es nicht Ja, hatten wir Gehört, dass eure Geschwister vom Kult erwischt wurden Sie waren Und du sollst da sein, um ihre Schreien zu hören, wenn sie weggezogen wurden Wenn du nicht ihre Hände mit all dieser selbstverletzten, heroischen Schrapp auf der Groove Dann würde nichts davon passieren Hm Hm Wisst ihr, wo sie sind? Dead for all I know Or in a cult tower, with the others who were taken Wenn sie noch leben werden, ich sie retten They are my responsibility Wow Ja Fuck you too Hey, die Band kann jetzt auch nichts dafür Was denn denn gut findest du denn nicht? Also bitte Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonninchen Willst du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da Danke Bye